Mit den Händen festhalten und den Händen nicht hochlassen. Okay. Die Hände dürfen nicht hochlassen werden. Gut. Und auf hoch geht's hoch. So weit fertig. Auf die Sätze, fertig, los. Versuchst du einfach, das besser zu machen. Oh, Fehler. Oh. Pappi, wir müssen hier drunter durch. Ganz weit runter. Oh, und jetzt die Röder. Oh, und jetzt die Röder. Ja, du, wir können ja auch in der Röder. Nee, nee, du hast doch gesagt, ich kann kurz rückwärts laufen. Gut, warte. Fertig? Ja. Und los. Lauf. Läufst du? Und jetzt hier wieder her. Ich bin mit meiner Nase. Ich bin mit meiner Nase. Ich bin mit meiner Nase. Gleiches Weg für alle. Wir haben eben echt so enger zusammengestellt, weil wir wissen ja, dass Udo das so gut kann. Zwei Personen brauchen wir hier. Zwei Personen. Das ist so. Ich bin mit meiner Nase. Das ist so. Zwei Personen. Ich bin mit meiner Nase. Ich bin mit meiner Nase. Ich bin mit meiner Nase. Das ist so. Und jetzt ist es so. Ich bin mit meinem Nase. Memorie? Memorie, ja. Einer da, einer da und ihr müsst die Spaghetti zwischen den Nasenspitzen und balancieren. Und eine steckt das Memorie dabei auf. Für fünf Versuche habt ihr und es geht dann los. Könnt ihr ein bisschen fest? Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Wie heißt ihr? Maria und Jan. Das Team? Ja, das heißt ihr. Maria und Jan. Haben wir jetzt überall so aufgeschrieben. Ich steck die ganze Zeit in die Nase rein, oder? Ich steck die ganze Zeit in die Nase rein, oder? Ich bin doch dran. Hast du da die Memory gespielt, oder was? Ich bin doch dran. Hast du da die Memory gespielt, oder was? Also einer deckt auf und der andere passt auf das Flügel. Ach so, so wie das Ganze? Ja. Aber immer 12 Mal. Ja, ja. Immer abwechseln? Nee, einer nur. Du musst nur aufpassen, dass du die Spaghetti fährst. Pass auf die Null auch. Find ich ja. Ja. Jetzt können sie erst noch vorlesen. Ja. Ja. Jetzt können sie erst noch vorlesen. Ja. Wann wird der denn gewinnt? Wann ist der denn klar? Ja. Ja. Also ich wusste auch, was ich hab... Ich hab auch gedacht. Keine Ahnung. Das war das? Ach so. Ich hab mir das gleich gedacht, dass das gleich wie gut sein wird. Weil... Nee, einer ist die Karre. Wie früher. Hier, Marija ist die Karre. Ich sag mal, du bist die Karre. Oh, Marija. Oh, Marija. Ach ja, das ist ja perfekt. Leute, das Sportlichste bin ich, ich bin die Karre. Aber nicht durchschieben, die muss schon selber laufen, ne? Ja, ich bin die Karre, ne? Ja, ich bin auch braun. Schön, schön Spannung aufbauen, schön Spannung aufbauen. Oh, das ist ein Spielgefühl. Oh, los geht's. Schneller, 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 ja, gar nicht. Ja, die Karre. Da hätte ich mal lieber die Karre. Mann. Gut, alles klar? Ja, geht weiter. Hört's denn ab? Jo. Ist das gut, denn gewinnen wir wenigstens mehr. Ja. Schiebkarre fahren. Freude, ich werde festhalten, bitte. Hier. Ach, bleib doch jetzt mal stehen, ey. Wir sind doch schon ein bisschen. Bis jetzt, was übergeht. Du musst auch mit den Händen in den Schuhen rein. Ja. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hör auf zu lachen, Mama! Hallo, Schieb! 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 Oh, jetzt los! Gut, sieh das auf, feste Hände! Stopp! Ja, ist gut, alles klar! Sehr gut! Also, nicht so langsam! Also, ist immer gut! Du musst deine Hände stecken, du hast den Weg, damit du keine Hoffnung machen! Hier musst du rein, deine Hände! Ich dachte, es ist noch wichtig! Ah! Dann ganz einfach, schneller hin, schneller zurück, bis hier, und jetzt! Beide reinkaufen, schnappeln! Geht nach Zeit, ne? Also, die Kommi, nicht pushen! Okay, los! Und, los! Ja, das ist... Schleller, schneller, schneller, schneller! Schleller! Hey, los! Rump, 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 rump! Schleller! Los, ganz schön! Mit dem Kampfsturm! Ja, ich drück mal! Jetzt! 5 Strafsekunden! Aber das hat mich jetzt mal keiner geschafft! Und, los! Ne, langsam! Schieb! Zieb, renn! Jetzt, in die Kurve! Ja! 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 Das ist, das ist eine Top-Zeit, bitte! Zieh durch! Ja! 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 Ja, ja! Ich hab' sie rausgekommen! Ja! Ja! Da müssen die Händel rein. In alte Schuhe? Ja, da müssen die Händel rein. Ganz einfach, schnall auf den Händel hin, schnall auf den Händel zurück. Die Hütchen können nicht schnallen. Ja, das ist total einfach. Fallen runter fünf Strafsekunden. Und macht nicht ein bisschen lang, ne? Ja, aber hat noch keiner geschafft. Ihr hättet euch auch ein bisschen ebeneren Runterkunden. Nein, hoch, hoch. Ich wollte ja erst den Schotter nicht mehr, wenn da einer bremst, muss in der Nase. Hallo. Hallo, hoch. So. Jetzt hat's ein grünes Spiel, der muss Dr. Beckmann's Flecken-Tabend sein. Bruno hält die ganze Zeit auf dem Haus. Ja, wo soll ich sonst hin? Ja, wo soll ich sonst hin? Ja, das sieht gut aus. Ich würde mir bloß ein kleines Mädchen als Beifahrer genommen und nicht wissen. Meine Hose, meine Hose, siehst du gerade in den Boden los? Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Ja, da stehen wir hier. Danke. Danke, nein. Du kannst von mir ein Stück abhauen, das ist vielleicht scharf. Danke. Hier. Da geht's wieder, ja. Alles super. Alles gut. Die Hände müssen hier rein. Da rein. Einfach im Slalom hin und im Slalom wieder zurück, bis hier und Schluss ist. Ball runterschmeißen, fünf Strafsekunden. Alles klar? Ja, los, ich gas. Gas, 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 gas. Los, 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 los. Das geht schwer. Das glaube ich auch. Das ist die allerbeste Zeit. Los, los, los. Hoi, hoi, bravo. Ich wollte jetzt eine Raucherpause machen. Hier ist auf der Eilbohr gelaufen. Ich konnte gar nicht, ich konnte dich auf der Eilbohr gelaufen. Ich konnte nicht auf der Eilbohr gelaufen. Bis dann. Schlauhe, 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 schlauhe. Okay. Okay. Und los geht's, bapst. Hier kommt zwei, drei, drei. Die ist, habe ich mir hier. Au, hat ich mich auf die Kunde verlaufen? Ja. Ah, bitte, vorsichtig. Oh, du bist mich umgelegen. Sehr gut. Wunderbar. Du bist die Karriere, habe ich klein gesagt. Ich habe mich nicht reingesagt. Das wäre doch gar nicht. Das ist nicht. Ich bin die Ausmaus. Ja. Wie soll das gehen? Ja, dann kommt man mit. Ja. 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 Jawohl. Das war das. Ja. Ganz einfach. Ja. Ja. Man muss es nicht nachschauen. Ja. Das ist der chinse. Und das sieht aus? Ja. Ja. Und aus? Nicht aus! Ja, der muss ja auch arbeiten, der muss unterstützt werden. Ja, jetzt kommt Jens hier. Das ist eine perfekte Aufgabe für Jens. Ja, eigentlich finde ich auch. Ja, eigentlich finde ich auch. Ja, eigentlich finde ich auch. Ja, ich finde das ziemlich geil, was sie sich hier ausgedacht hat. Ja, das war das Allerschlimmste. Ja, das geht nicht. Ja, das war das Allerschlimmste. Ja, das war das Allerschlimmste. Ich habe das Allerschlimmste. ... 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017